Nachdenkseiten Die kritische Website Habeck und die Schocktherapie Sorry Ein Kommentar von Tobias Riegel Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sein radikales Vorgehen beim Heizungsgesetz gerade als einen Test bezeichnet, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Dieser lockere Umgang mit den großen Sorgen, die grüne Schocktherapien bei zahlreichen Bürgern ausgelöst haben, ist aus zwei Gründen bemerkenswert. Zum einen wegen der politischen Kälte, die Habeck mit seinen Sätzen offenbart. Zum einen fragt man sich, was jetzt Habecks im Nachhinein praktizierte brutale Offenheit bewirken soll. Habeck hat die Sätze am Sonntag beim Demokratiefest zum Jahrestag des Grundgesetzes gesagt. Wie Medien berichten, lautet das gesamte Zitat folgendermaßen. Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja ehrlicherweise auch ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen, sagt er, und ich bin zu weit gegangen. Da fehlen einem erstmal die Worte, angesichts dieser offenen Sätze von Seiten eines Ministers. Schließlich hat dieser eigentlich die Interessen eben jener Bürger zu vertreten, die er mit seiner versuchten Überrumpelung beim Heizungsgesetz getestet hat. War diese Äußerung ein Versehen? Ist Habeck diese Ehrlichkeit nur rausgerutscht? Wenn nicht, dann öffnet das weitere Fragen danach, warum er nun mit den Sätzen eine weitere Schockwelle zu den Bürgern sendet. Nämlich die der inakzeptablen Pose eines anscheinend unantastbaren Ministers, egal was er anrichtet. Habeck wandelt mit den Sätzen auf den Spuren Jean-Claude Junckers, der einst laut Medien sagte, Jean-Claude Juncker ist ein pfiffiger Kopf. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert, verrät der Premier des kleinen Luxemburg über die Tricks, zu denen er die Staats- und Regierungschefs der EU in der Europapolitik ermuntert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Die Praxis, im Nachhinein Dinge offen zuzugeben, die zwar allgemein angenommen wurden, die aber offiziell lange als wilde Spekulationen abgetan wurden, diese Praxis erinnert mich auch indirekt an Angela Merkels indirekte Deutung, dass Verhandlungen zu Minsk ein Täuschungsmanöver waren oder auch an die offenen Zitate von Ex-Bundespräsident Horst Köhler zu den Handelsrouten. Köhler trat dann zurück, heute schwer vorstellbar. Merkel und Köhler beschrieben Dinge, bei denen viele Bürger wohl davon ausgingen, dass sie geschehen. Aber sie dann aus dem Mund der Handelnden bestätigt zu bekommen, ist schon etwas anderes. Diese Art von Ehrlichkeit ist auch nicht immer zu begrüßen. Bei Merkel und Minsk bedeutete ihr spätes Eingeständnis eine weitere öffentliche Beleidigung für die russische Seite. Auch der unangemessen lockere Umgang Habecks mit den Folgen der eigenen Politik wird gerade durch den offensiven Charakter der eigenen Formulierungen zu einer weiteren Beleidigung für viele Bürger. Tut mir leid, Jungs. War halt so eine Idee von mir. Brutal ehrlich wird ohnehin nur zugegeben, was unbestreitbar und ganz offen zutage liegt. Warum auch nicht? Schließlich hat die Bundesregierung bisher noch alle der eigenen schockierenden Politikwechsel überstanden. Und Habeck ist auch mit harten Wahrheiten bisher gut gefahren. Man denke nur an seine, als Folge grüner Politik zutreffende Prognose von 2022, dass wir nun ärmer werden würden. Dieser Satz illustriert gut einige aktuelle Verdrehungen, denn der Satz und vor allem sein durch grüne Politik verwirklichter Inhalt wurden Habeck und den Grünen bisher nicht zum Verhängnis. Im Gegenteil. So sprach die Frankfurter Rundschau damals von einem stolzen Satz und drückt dann gut die Haltung vieler Journalisten aus, die die vorsätzliche Verarmung nicht als Folge einer falschen Politik interpretieren, sondern als einfach feststehender Fakt, den man jetzt eben akzeptieren müsse. Zitat Zitat Ende Zitat Ende Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Zitat Ende Zitat Ende Zitat Ende Zitat Ende